Yo Leute, ich bin's wieder, Markus von LabVIEW. Wir spielen wieder Markus Ticket Light, zusammen mit Futur und Sven. Nevels. Und ich geh wieder in Neve. Und die machen jeder Technik-Scheiß. Nein, du musst mal gucken, was ich gemacht hab. Zeig mal den Leuten, was ich gemacht hab in der letzten Folge. Oh, wo bist'n du? Ähm, da bei unserer Nahrungsfarm. Haben wir Emberates? Ja. Ja, aber schon. Ja, wir haben genau 6 Stück, das ist perfekt. Da Hymus Nahrung gibt, da ist unsere Nahrungsfarm. Machst nicht halt in der Form. Wo ist der Eingang nach, oder? Nein, da oben ist er. Ne, wo ist der Eingang? Er muss ja irgendeine Treppe führen, reinführen. Ja, aber ich hab das ganze Gebiet hier geblendet gerade, du Held. Warte, ich hab die jetzt. So. Ja. Ja, beispielsweise. Können wir mal provisorisch lassen. Was kommt hier noch alles weg? Das soll nämlich so terrassenförmig angeordnet werden. So abfallend, weißt du? Was meinste? Ähm, wie terrassenförmig. Okay. Ja, jetzt hier oben kommt jetzt beispielsweise die ganzen Viecher hier hin, hier oben. Ja. Auf die obere Ebene, dann kommt hier unten die Baumfarm hin, hier hüben. Okay. Dann kommt hier hinten Getreidefarm hin. Und da hüben können wir dann Freestyle noch Kakao und so anbauen. Freestyle. Okay. Und Kakao und so anbauen. Okay. Entweder machen wir jetzt das höher, also lassen wir es auf dieser Ebene oder ich mach das hier alles auf die andere Ebene runter. Weiß ich jetzt noch nicht so. Aber ich würde es runter machen wegen der Mauer, das ist dann ein bisschen... Ja. Mach das mal. Das heißt, müssen wir dann noch eine Energie da rüber legen? Wohin? Naja, hier zur Farm dann. Über Trans... äh, über... ...Ding? Transp... äh... ...Tesserakt oder so Transportdinger halt. Waller halt, alles weg. Also hier oben willst du es haben, oder was? Scheiße! Das hier, oder was? Das gibt die, wo du jetzt grad bist, soll die Baumform werden, genau. Okay, eins, zwei, drei, hier... Kann man noch anpassen. Hier, fünf, sechs, sieben, acht, neun, zehn... El, zehn, dreizehn, vierzehn, fünfzehn, sechzehn, sechzehn, achtzehn, neunzehn. Weil es die Mitte ist bei... Neun. Ja, passt dann perfekt. Zehn. Äh... Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht, neun, zehn. Genau hier. Wie ist die Länge? Oh, Bettock. Eins, drei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht, neun, zehn... Neunzehn, vierzehn, fünfzehn, sechszehn, siebzehn, siebzehn... Egal, du jetzt da oben oder unten... Das ist egal, da gibt's einfach keine... Da gibt's einfach keine... Da gibt's ein Ende dann, aber dann kommt Bettock. Also, vor allem, du machst das 1,1 oder größer. Oh, man... Kleines, glaub ich, einfach einfacher. Ich glaub, wir haben den Radius increased von... Elf. Das heißt, wenn ich jetzt da... Genau hier ist ja die Mitte, das heißt, hier würde ich den... Harvester hinsetzen. Hier hin. Ja, nur andersrum halt. Ne, wirst du ein großes Gebiet abfahren? Ich hab ein Upgrade gebaut, das Gebiet um elf Blöcke vergrößert. Ah, geiler Scheiß. Das heißt, wir können quasi... 15 Blöcke weit abbauen. Das heißt, alles nach 15 kannst du eigentlich... Aber 15 Blöcke für die Farm reicht auch, meiner Meinung nach, vollkommen aus. Für diese Wege hier? Den die gebaut hat? Zu einer Neverfestung, oh. Stimmt, aber der Futter mal Lohn gespielt. Ja. Da haben wir ja... Da haben wir ja... Da haben wir ja... Das heißt, eins, zwei, drei... Hier, hm. So verlau' ich mich noch... Ah, der Laser ist einfach genial. Gibt nichts besseres. Die Sache ist jetzt nur, weil baue ich in den Haar... ...den Planter... ...auch das absteht mit der riesen Fläche rein... ...dann plantet der auch auf dieser ganzen Fläche. Mach doch. Also, die sind Pigments in uns verteidigend. Ich stehe, ja. Ja. Das ist einfach so irgendwie so... ...zwanzig oder so von mir. Drückfühlt. Doppelbezehn. Da komm ich wieder. Machen wir die Löcher zu. Ich hoffe da... Ah, das ist eine Transformer-Arbeit. Ja, aber es macht Spaß auf jeden Fall so zu bauen. Ich finde das schön, wenn man jeder so sein Projekt hat. Ja. Ja. Mehrere sogar. Man kann jetzt richtig viele Projekte starten eigentlich. Was Minecraft-technisch angeht. Immer jetzt viel ungewundener. Ja, mit Minecraft kann man halt viel machen. Das ist halt das. Schöne viele Entwickler dafür. Ja, das haben wir, das haben wir. Wie groß mache ich in das Gebiet? Also, ich soll jetzt wirklich ein Kabel dann komplett durchlegen, ne? Kabel, ja, und Batterien dazwischen. Das ist zum Speichern. Oh. Ich brauche erstmal Energie. Guck mal, ich habe gedacht, gerade hier hinten, hier so, hier dann die Viecher hinstellt. Wo bist du? Ich bin gerade beim Mülleimer. Ah. Beim Mülleimer. Und tu'ne never wieder rein. Ja, ich komm, ich brauche Strom. Ja, das ist echt Null. Schwert ist leer, das Lab-Pack ist leer, alles leer. Und Sven ist unter der Erde, wie das aussieht, ja. Ja, irgendwie, man muss ja Kabel verlegen. Er verlegt Kabel. Also, muss man sehen, wie schnell die Charging-Bange rausgeht. Irgendjemand noch ein Lab-Pack für mich? Ja, den vorhin da, mein Twill, ne? Danke. Hier ist schon wieder ein unsichtbarer Block. Hier ist vieles unsichtbar. Boah, ich hasse das. Was? Crash oder was? Wenn du einen Block abbaust, wenn dein Ding leer ist, der letzte Block, der ist dann für den Server noch da, aber für dich weg. Achso. Und dann läufst du einfach immer gegen so eine unsichtbare Wand. Oh, cool, danke. Wer auch immer den Drill da rein hat, ich übernehme mal. Ich hab die MV-Charging-Bange leer gezogen gleich. Ja, ich hab auch noch alles mit reingeworfen. Achso. Bauche ich wieder. Ich hab grad nur mein Drill wieder mitgenommen, der Rest LED noch. Naja. Foto, komm mal. Beziehungsweise, ich hab deinen Drill geklaut. Foto, komm mal bald in die Wüste mal. Was? Ja, sofort, ich bring nur das LED-Pack noch voll und so. Ich will wissen, wo du das Atomkraftwerk bauen willst. Das weiß ich schon, da hab ich schon ein schönes Kitzel. Ja, dann zeig mal her. Ja, dauert noch 10 Sekunden. Was machst du jetzt wieder mit den Maschinen ab? Wir laufen autof-strom, glaub ich. Ja, ja. Weil ich den V-Charging-Bange leer. Ja, ich schalte mal dein Ding aus. Ja. Jetzt haben wir schon Strom. Ja, weil ich das unten ausgeschaltet hab. Na ja, klar, kannst du ja machen. Dafür ist es ja da. Guck hier! Komm mit! Wo bist du? Lauf bitte. Hier oben. Hast du kein Jetpack? Doch. Aber ist leichter, zu sehen, wo du bist. Ach so. Die ganze Zeit oben zu schauen. Kommt ein Loch und dann bin ich tot. Ja, wo darfst du hin? In meiner Stelle, wo ich mein Atomkraftwerk hinbauen will. Oder unser Atomkraftwerk. Du weißt schon, dass wir unser Atomkraftwerk im Santa bauen, ne? Nein! Das kommt hier rein. Genau hier. Das ist der perfekte Platz. Gute, schau, dass es nicht so weit weg ist, ne? Wir müssen Kabel legen. Das ist ziemlich weg. Nein, das ist... Vielleicht tun wir das nicht. Das sind überhunde Blöcke. Überhunde Blöcke. Überhunde Blöcke. Hier rein. Hier in das Loch. Das schön füllen. Das sieht richtig geil aus. Bestimmt, wenn du hier in die Berge reingebaut hast. Ist doch viel leichter, als statt da. Weil dann musst du hier alles umgraben und da musst du nicht alles umgraben. Kann man doch ne Turtle nehmen. Ja. Ne. So. Da muss ich dann halt einer von uns mal ein bisschen in die Nähe chillen, aber das ist ja auch nicht das Problem. Funklo, oder? Ja, oder Funklo, oder? Wir können es ja auch jetzt leisten. Ja, eben. Da wollte ich noch mehr Arbeitsweiler, kann man noch mehr lernen. Oder ich hier im Wasser drin. Nein, da kommt das Ding rein. Warum habe ich ins Gelände in meinem Pummel drin? Was wir da hinbauen, Markus? Ein Hafen. Eine Bohrplattform. Was ist das hier? Und mir ist auch ein Hafen mit Bohrplattform. Dann im Wasser drin eine Bohrplattform. So ähnlich halt. Wir könnten doch gleich im Wasser das bauen. Das sieht doch viel geiler aus. Da haben wir eine bessere Kühlung. Auf Stell ist denn meinst du? Ja. Oh ja. Ohne Witz. Das wäre doch voll geil. Und wir haben genug Wasser, um das zu kühlen. Das bringt uns gar nichts. Wasser bringt nichts. Du brauchst Luftvinsilatoren und Eis. Passt doch, wir können das Eis da nehmen. Also ich möchte dich nicht ums Acker wegkommen. Das kriegen wir schon hin. Aber nee Markus, ich würde sagen, da bauen wir einen Hafen hin mit Bohrplattformen oder sowas. Mehr Bohrplattformen. In der Futur hast du jetzt noch Saplings für die Rubbertrees? Alles im System. Außer das System hat es leer gesackt, dann ist es weg. Nein, solange du es nicht in die Maschinen gelegt hast, hat es nichts weggenommen. Nur wenn du es in die Maschinen gelegt hast, dann hat der Mülleimer alles verschluckt. Ne, ich habe es in den Mülleimer geschmissen. Gut. Also Sven ist auch damit anstanden, dass wir es da hinten bauen. In den Bergen. Ja. Weiß ich nicht wo da hinten. Komm mal mit. Aber ihr seid die Architekten. Ich mache nur Technik. Wir können ja noch gucken, wo wir es genau hinbauen. Ich bin ja ja flexibel und offen für Anregungen. So, ich setze mir jetzt erst einmal einen Wegpunkt hier nach Hause. Ja, das mache ich auch mal. Weil es scheinbar ist, ob wir nicht so Zeit öfter durch die Gegend laufen. Oh, oh. Lulu. Ist der Crown zu hart? Ja, ja. Wenn man Zeit wegs aussieht. Wir machen ja mal M, gell? Wegpunkt. Waypoints. Futur, gib mal, ähm. Bitte. Zeit weg. Zeit weg. Ja, bitte. Wo ist die doch? Wo bist du gestorben? Da hinten beim Berg. Ja, warte hier. Nimmst dich, brauchst grad eh nicht. Warte. Ich muss eh wieder Terraformen machen. Warum setzt der nicht? Aber meiner sitzt. Aua. Ich weiß bloß noch nicht, wie groß man die Viehzucht machen nachher. Das sind aber so 10 Gegner oder so. Geil. Brauchst du Hilfe? Nö, das ist einfach so ein Glück. Uto, guck mal bitte. Uto, guck mal bitte. Uto, guck mal. Ah, fuck. Genau so was habe ich nicht erwartet. Wo bist du? Au, au, au. Genau so was habe ich erwartet. Mach doch aus! Die Ebene dahinten muss ein Stückchen höher liegen wie die hier. Welche? Die hier. Also das hier muss alles ein Block höher sein. Es darf nichts aus der Ebene von hier sein. Alles was aus der Ebene von hier ist, wird mit Bäumen bepflanzt. Warum machst du das nicht einfach eine Ebene tiefer denn, Dinger? Dann musst du auch die ganze Bauebene eins tiefer setzen. Wieso? Mach hier hinten hin, da. Baut in einem Radius auf der Höhe Baraba auf alles was in dem, auf dieser Höhe liegt. Ich hab keinen Schöpfe. Machst du auch hier? Ist die Ebene angenehm? Oh ja, noch mehr Kabel. Wie wäre es mit, wir setzen hier einfach Blöcke auf diese Höhe? Halt ich für die einfachere Methode. Wo wirst du Blöcke haben? Hier. Da, wo er gerade die Bäume hingeflaschen hat. Es ist alles die gleiche Ebene. Ja, und? Blöcke hin. Oder Slabs. Oder irgendwas, wo er nicht drauf setzen kann. Also du willst das hier alles eins hoch haben? So. Ja, oder du baust irgendwas hin, worauf er keine Bäume platzieren kann. Du kannst den Boden auch ausmachen oder so. Dann kann er auch nichts platzieren. Dirt ist okay. Okay. Ich hab genügend Dirt. Ja, Dirt haben wir 24 sind. Eben. Und ich arbeite hier auch immer ab. Sag mal hier, ich kann dir auch nochmal, das weiß Text. Ich hab genügend. Was hat mein Schwert denn, Alter? Elemental ist früher. Ah, ja, ich hab gebläht. Schwert hab ich doch da. Ja, kein Problem. Ich will es aber ein bisschen terrassisch für dich haben. Ja. Es wird hier nicht. Das ganze Feld müssen wir jetzt noch hier wird gebaut. Jetzt. Ja. Jetzt. Ja. Foto Dein. Chatback ist in den Chatzenbench. So, wir sind jetzt hier in den Chatzenbench. So, wir sind jetzt hier in den Chatzen. Also, Z. 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 Ich hab sogar wieder aufgeflogen, Alter. Ich hab sogar wieder aufgefüllt, Alter. Dann ist das weg. Jetzt muss ich das ganze ein paar im E-System anschließen. Naja, du kannst jetzt von dir aus auch mal erzählen, je weiter das kann. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht, neun, zehn. Das theoretisch ab der Reihe hier können es auch wieder runtergehen, wenn du willst. Weil die hier bepflanzt sei eh nicht mehr. Nee, die bleibt so. Weil es bepflanzt dann nicht. Das bleibt dann halt einfach grün. Da hin können wir dann die Tiere oder so später mal hinmachen. Also hier wachsen jetzt nur Rubber-Trees, ne? Die muss ich jetzt dann noch irgendwie per M-E-System wieder rüberbringen. Das kriegst du schon irgendwie hin. Hast du mir mein Jetpack? Ah ja, hab ich. Was heißt Zaun, oder ist er auf Englisch? Fans. Was? Fans, stimmt. Dafür nehmen wir einfach ein Item-Tetherrack, können wir Items nicht gegen teleportieren. Weißt du das? Ja, und die Folge ist schon beendet, ne? Schon 16 Minuten, so, und ja. Ach so, cool. Ja, sei ja, bis dann, tschau, ne? Zum nächsten Fall. Ja, wir haben wir auf der Geld. Nächste Mal geht's weiter. Bis zum nächsten Mal. 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 Bis zum nächsten Mal.